Der Weepflower-Wirrwarr, lieber Mando. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys mit dem lieben Mando. Hallo, zum Zipfel-Wirrwarr. Du bist der Zipfel-Wirrwarr. So, Season 5 neigt sich dem Ende. Aber echt? Mhm. Könntest du an Season 6? Ja. Abwarten? Weiß man das? Hm, nein. Also, ich weiß gerade aktuell zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Okay. Ja, nicht. Ah, ich geh unten rum. Oder auch nicht. Ah, ich geh wieder. Ich fang wieder von vorne. Das ist gut. Ich vermind du. Bei mir auch gerade ist sie. Ja, ja, bei mir auch. Die Frage ist halt, wo's alles ist. Alles, was nichts ist, ist sowas. Ah, okay. Jetzt bin ich unten. Boi! Oh. Ich bin weiß, Rihon. Danke, Rihon. Bischofs. Ich bin ganz oben gefallen. Nicht nur Stockwerk, sondern ganz oben. Hallo. Was bist du auf die? Ja, ganz oben. Oh, da war ich noch nie. Ich bin so close, der Kampferchen. Oh. Okay. Das war jetzt ein nicer Move. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, Gott. Ja, ich komm gleich. Wo ist ein Schittering-Relax-Zieber? Wobei ich hab's gesehen. Also nicht. I'm on the way und im Ziel. Okay, der brauche ich dir nicht mehr so. Gras, gar nicht. Ja, da läuft der Schneemann um. Hallo, Schneemann. Oh, ich will auch ein Schneemann. A cool-schubelt Winter. Ich will auch ein Schneemann sein. Oh, der Schneemann hat's nicht geschafft. Soll ich Schneemann? Oh. Der Greisel. Helikopter. Brr prrr prrr. Bytzer ins. Mö ans Pferde auf den Schneed tee mal. Bei 3cm Schnee. So viel wrapping. Das ist für's Feeling. Ich find drei Zähne mit der Schau nicht voll. Mann, das ist für's Feeling. Ja, du bist auch so ein Feeling. Das ist genauso wie der Freundin schon wieder wahrscheinlich Weihnachtslitter, oder? Ja. Was? Ich darf das gar nicht sagen, wo es dich hört. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock. Die hat gerade vorher eine Putz-Playlist gehört. Es gibt eine Putz-Playlist? Es gibt nichts, was es auf Spotify nicht gibt. Ich find die Frage ganz okay. Ich hab halt Podcasts, nur nutzen. Vom Lions-Podcast, Podcast, Fußball-Podcast, oder einfach nur, äh, Harry Potter-Podcast, Hagrid City, hm? Ah. Okay. Geh außenrum. Ich hab den Wink des Schicksals schon verstanden. Oh Gott, ich bin euch gefallen. Nicht? Ich bin auch voll dabei. Ich renne gerade Richtung Ziellinie. Mann, wir sind auf die Warten. Ja. Hallo, Mann, du. Gehen wir gemeinsam? Ja, das finde ich toll. Kommst du? Mann, du. Mann, du komm. Mann, du kommst mal. Jetzt, 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 jetzt kommst du das Ziel, gell? Er will nur vor dir sein. Das wird das Fun-Mail. Das wird das Fun-Mail. Block-Party. Herzlich willkommen zu der Block-Party. Jetzt gibt's Party. Jetzt glaub ich, bin ich raus. Warum denn? Ich weiß nicht, letztes Mal, die Block-Party hat sich ja verändert, da musst du jetzt um den Raum anspringen und seitdem... Ja, das ist so voll lustig. Ja, seitdem bin ich irgendwie voll ullig geworden, ich bin noch keiner weitergekommen. Das Schlimme ist, dass normal bist du vorher nicht ausgeschieden. Ja, genau. Meinst du? Wir schaffen das. Ja. Es geht weiter. Füratando! Eeeh! Meidu! Ja. Eeeh! So, jetzt geht's up. Tja, Konzentration. Ja, hier haben wir ein Fui. Ja, sorry, ich muss da jetzt ein bisschen... Serious Gameplay, ich muss jetzt noch nicht ausfragen. Boah, der ist schwer. Nicht zu haben von ihm. Ja, ich sag also, ohne ich ist das Ganze da nicht mehr. Nach 20 Sekunden. Oh, leck mich auf den Marsch. Ist es kein Eingang? Jupp. Ah, leop. Der hat mich festgehalten. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Du dummes, würdtes Arschloch. Was ist er mit? Du dummes, würdtes Arschloch. Wo ist er mit? Da ist ein Roboter. Nein, das sind zwei. P90, da nicht sowas. Den wollte ich. Merke. Voll geil, das spielt mir ohne Festwege. Abschweifen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn, Donnie? Du, Glowiner. Manuel, du schaffst das. Ja, ja. Ich glaube an dich. So, ist gemeldet. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Du hast sogar einen Schweif. Ja, ja. Ja, ja. Bloß wie lange noch? Das ist ja schon das Ganze. Jetzt nimmer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich kann auch nichts tun. Ja, ich auch nicht. Gott Jesus Morita! Gut. Wie ist es gegangen? Es war die letzten Sekunden wirklich eine Meisterkleisterung. Meisterkleister, ja. Bist du der Meisterkleister? Voll Spaß. Mann, du! Ja? Geht's dann heim? Ja, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ja, sogar mit Rollen. Ich mag nicht mehr. Du kannst aber für so eine Rolle einfaches Knackwichsen lassen und dann so richtig schön reinflütteln. Ja, du musst erst mal dahinter kommen. Der Bär hat's gewischt. Der Eisbär. Oh, ich glaub da geht's bergum. Mhm. Oh, ist er hin? Nein! Nein! Go, go! Go, go, Mann, du! Jawoll! Da ist er mein Junge! Da ist er mein Junge! Ich hasse dich spät trotzdem. Ja. Guten Tag, Hattel. Komm zu der Bergspitze. Er schnauft schon wieder so komisch. Ich weiß nicht was er hat. Fokus. Okay, Fokus. Mein Damen und Herren, Sie sind heute in entspannten, fokussierten Manuel. Entspannt, ja. Entspannt und fokussiert. Let's go! Du bist perfekt fokussiert. Du bist der Mann, der alles kann. Sogar Heizungen reparieren. Sogar Heizungen? Oh, das dreht mir mal ein Mensch. Oh, das lebt mir mal ein Mensch! Oh! Oh! Ich kann's aber in die Eri. Der hat sich viel verdient. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch an den Evil Wolf Flower. und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Auf Wiedersehen. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020